Da vorne im Nebel befindet sich eine Höhlenstadt, ein Höhlen-Dorf. Laut der Ziegelstadt auf Kallei. Scharf links ist das Griechen. Und dann scharf, da fahr ich ja wieder in der Fußgängerzone. Das hatten wir gestern schon. Oh mein Gott, hier sind Matratzen. Ich glaube hier ist die Müll-Daponier oder sowas. Was machen die? Ich glaube, die wollen so die Tür aufzumachen, aber die Klinke quietschen geht nicht auf. Die müssen jetzt erstmal aufschrauben oder sowas. Wir sind hier in der Halbwüste. Also ich könnte jetzt auch einfach hierbleiben und existieren und nicht wieder wegfahren. Ich find's hier so schön. Ja, hier geht's auch ein Stück runter. So, wie ihr vielleicht den Zeitraffer schon gesehen habt, wir sind hier in der Halbwüste. Wir haben jetzt einfach mal hier mitten da geparkt. Karl ist auch schon am rumlaufen. Und da sucht unser dreckiges Auto. Und ja, es ist echt schön. Die Sonne hat echt kraft. Wir müssen auch gleich den Karma eincremen im Gesicht. Auf jeden Fall hat sich jetzt der Nebel und die Wolken so langsam gelichtet. Dankeschön. Aber das ist nicht bad. Das ist einfach nur zwei Steine. Genau. Mal sehen, wie viel Zeit wir jetzt hier so verbringen. Aber es ist so schön. Ich kann jetzt hier nochmal eine Runde rumfilmen. Da hinten sind noch Wolken. Und hier ist dann langsam schon alles weg. Hier ist unser dreckiges Auto. Genau. Und es sieht einfach so schön aus. Genau. Philipp fliegt jetzt mal eine Runde. Und die Aufnahmen seht ihr jetzt. Dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schaut euch mal bitte diese schönen Berge an. Der Karl schnarcht übrigens, eventuell auch echt laut. Er schläft seit 20 Minuten und wir fahren hier einfach in der Wüste herum, weil es einfach so schön ist. Und es ist so warm und es ist, also ich finde es super. Und ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, Weihnachten hier in der Hämmerin zu bringen. Vor uns, ich hoffe ihr seht es, dass der Warten muss auf. Das Ziel, was heißt das Ziel des Tages, nein also das Objekt hier in der Wüste, was wir... Wo wir in der Hämmerin sind, das habe ich mir auch vorhin schon erwähnt. Okay, aber auf dem Karm ist es erfunden. Und wir gucken jetzt gleich mal, ich denke mal die Straße geht direkt da lang. Und dann versuchen wir mal langsam hier aus dem Park rauszukommen, weil man dafür drin ist, wie beim Nachhinein, glaube ich, bin mir zu mir sicher. Habe ich gelehrt. Also im Prinzip haben wir heute den Tag, oder den Vormittag ein bisschen gegründet. Wir haben dann auch die Rotten da verbracht und den Rest des Tages hier in der Püste und ich fand es sehr eindrucksvoll. Ja, definitiv. Es hat sich wirklich gelohnt, da auch einfach mit ganz viel Zeit hierher zu fahren. Und dann, wo wir dort Mittagspause gemacht haben, da waren wir einfach dort, haben existiert, haben halt abgewaschen und gekocht. Und ich habe im Auto nochmal was sauber gemacht und so. Also es war einfach nur schön und schön warm und sowas. Und wir haben einfach die Zeit hier in der schönen Natur sinnvoll genutzt. Und mal sehen, wo wir die nächsten Tage so hinkommen, wie es da landschaftlich aussieht, bin ich echt gespannt. Also ich habe mich persönlich null informiert hier über das Land. Also man hat natürlich so ein paar Klischees im Kopf und Philipp hat ein paar Los Places rausgeguckt. Beziehungsweise landschaftlich schöne Orte. Aber ansonsten, falls jetzt sind wir einfach drauf losgefahren. Okay, ich zeige euch jetzt, was es zu essen gibt. Das ist natürlich wieder noch nicht fertig. Wir haben hier einmal Nudeln. Da ist jetzt erstmal nur Öl dran, Wasser kommt raus noch ran. Und hier ist die entsprechende Nudelsoße. Und wir machen das eigentlich immer so, dass wir das Essen sozusagen in trocken, roh, was auch immer hier vorbereiten. Töpfeweise und so. Und dann halt ohne Wasser, wenn noch Wasser ran muss. Und dann kommt draußen das Wasser dazu. Dann habe ich jetzt auch hier schon die zwei Kartuschen. Und hole jetzt gleich hier von unterm Bett noch den Wasserpanister hervor. Und dann wird es draußen gekocht. Genau, das ist eigentlich das Einfachste so, ehe man da draußen irgendwas rührt oder sowas. Ja, genau. Wir haben jetzt übrigens unseren Schlafplatz für heute Nacht gefunden. Zeigen tun wir euch den natürlich erst morgen früh, wenn man was sieht. Und kümmern uns jetzt erstmal ums Abendbrot. So, wie ihr vielleicht seht, sind wir doch nochmal unterwegs. Das hat einen Grund, weil uns unser Schlafplatz doch nicht so gut gefallen hat. Wir haben dort zwar Abendbrot gegessen. Und ja, die Kargewinkel sind auch schon bald fertig gemacht. Und Karl hat dort gespielt. Also wir waren ein ganzes Stückchen dort. Aber da waren so Windräder. Normalerweise, also wir standen schon mal direkt unter einem Windrad. Und das war eigentlich auch echt laut. So, ab seiner Erinnerung in Holland. Ja, aber das war nur so ein... Wir rauschen halt einfach. Da konnten wir trotzdem noch schlafen. Und jetzt war es aber so, dass das so ein unregelmäßiges Klackern war. Und das Rauschen. Und es war insgesamt sehr laut. Und es klang halt echt nicht so gesund, als wir, wenn das Windrad gegebenenfalls auch nicht mehr so ganz ganz ist. Und das war halt direkt dort. Und deswegen war, also ich persönlich hatte ein bisschen Angst, dass das Windrad kaputt geht. Und zum einen war alles halt super nervig und laut. Und jetzt sind wir nochmal auf dem Weg zu einem anderen Stellplatz. Wir hoffen, dass der schöner und besser ist. Hier sind jetzt zumindest erstmal keine Windräder. Und ja... Und es geht auch vor der Rechts, das finde ich auch gut. Recht abbiegen. Ja, ich glaube ich kann hier auch nur irgendwo anders hin. Doch, du kannst auch nicht gerade aus. Lang, langsam. Und hier jetzt rechts. Genau. Dem Straßenverlauf für acht Meter voll. Genau. Auf jeden Fall wollten wir euch das nochmal kurz zeigen, dass hier jetzt auch gerade eine ungefestigte Straße war. Und hoffentlich vielleicht dann gleich unseren neuen Stellplatz. Aber ich würde sagen, da filmen wir dann erst wenn wir dort sind. Und wie ihr seht, wir parken jetzt gerade an unserem neuen Schlafplatz ein. Hier gibt es eine Radioantenne. Da steht auch unten die Frequenz für den Sender am Häuschen. Und ja, so Sitzbänke. Weiß ich, ob ihr das jetzt gerade seht. Ich mach mal hier die Kamera. Und hier drüben, ich hoffe ihr seht mich. Hier drüben ist noch ein Spielplatz und so. Und Müllton. Der Kahn ist übrigens eingeschlafen. Und er hat jetzt unsere Lichterkette in der Hand. Und ist mit der Lichterkette in der Hand eingeschlafen. Wie süß ist das denn? Ja. Genau. Und hier werden wir jetzt hoffentlich bleiben. Hier wird uns keiner verscheuchen. Und hier sieht es auf jeden Fall schön aus. Ich freue mich auch auf morgen früh. Weil es ist immer so, wir haben bis jetzt eigentlich fast immer im Dunkeln unseren Schlafplatz eingenommen. Und hatten dann früh eine Überraschung, wie schön es dort dann wirklich aussieht. Auf jeden Fall finde ich es auch cool, dass wir hier einen Spielplatz haben, wo wir immer mit dem Karma hingehen können. Und ja, dann würde ich jetzt einfach mal Gute Nacht sagen. Wir haben gegessen. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch uns Bett fertig machen. Oh, ein Stück Kugelade essen. Das Bettbett fertig machen und dann gehen wir auch schlafen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vörter an. Vörter an. Vörter an. Vörter an. Vörter an. Vörter an.